Ich habe mir eine komplette Frage gestellt. Ich habe das dann geschickt. Okay. Ja. Wer denn? Oh Gott, wo muss ich gehen? Oh, Krampf, 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 Krampf vorbei, Krampf vorbei, oh. Beim Schneidersitz ist es nicht gut. Ist hier noch irgendwas außer Kinder? Ohne Scheiße, wie soll man sich hier ohne Karte zurechtfinden? Und viel Spaß im Lurk. Ich spiele gerade fast Mo. Okay, dann viel Spaß dabei. Und dann bis später. Warte mal, du ein Fassmo? Seit wann spielst du? Fassmo! Willst du das nicht spielen? Also eigentlich nicht ein Spiel. Ist da nicht irgendwas? Es gibt das auf jeden Fall. Schnellreiseort und Händler. Waffen schmieden. Hm. Sieht natürlich auch geil aus, ne? Ach, du rühne Neun. Was ist das denn? Da fehlt mir die dunkle Mähne. Nehme ich natürlich, weil es die bessere Werte hat, aber... Okay, der ist cool. Oh, da haben wir ein Schnurrschutz. Hm, süß. Er soll keine Hunde vom Schiff glauben. Aber wirklich. Emotionale Stimmung, weiß nicht warum. Ich möchte damit nicht ins Stream gehen. Später wieder. Okay, mach das, Kiwi. Denn auf jeden Fall bis später. Ich hoffe, dass es dir später ein bisschen besser geht. Und super, ja. Ich hoffe, dass es dir später ein bisschen besser geht. Oh ja, hier gibt es ja jetzt noch die Diamant-Dinger. So, dann haben die zumindest jetzt mal bessere Sachen. Das hier kann ich alles verkaufen. Das brauche ich alles nicht. Bauernhof führen. Wunderfutter. Und Hühnchen kann ich sowieso nicht genug kriegen. Dann machen wir hier auch noch mal. Dann machen wir hier auch noch mal. Stöchchen. Ich habe nicht noch 5%. Habe ich nicht noch 5%? 15%. Ja, freu du dich mal. Ich brauche dir mal einen Keks. Ich brauche dich mal einen Keks. Wunderfutter. Wunderfutter. Okay. Wir müssen auch mal speicher sein. Ja, komm, mach ich hier. Und rein mit uns. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass gleich ein Kampf kommt. Nein, können wir nicht. Wir müssen kämpfen. Ah, Mist. Na egal. Wie viele Lichteffekte wollen wir? Ja, wollen wir. Ich glaube, einmal kurz. Unterwachen. Nein, wenn wir... Nein, verpasst. Egal. Ok, 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 ok. Ich glaube, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, jetzt kann ich aber einmal ein Traubengelee verwenden Ich kriege sogar zwei, wir kriegen ja so viel Eigentlich könnte man das für mich jetzt einfach mit einem Schuss platt machen Nein Du musst ja jetzt einmal rumlaufen Sowas von offensichtlich inzwischen Also offensichtlicher geht es ja schon gar nicht mehr So, die Wölfe hier haben etwas zu sehr am Organ geschnuppert Die sind etwas sehr grün geraten Aber okay Es muss ja auch grüne Wölfe geben Sie sind leicht verstrahlt Bei wenigstens kann man wieder kämpfen Das hat mir so nach Eineinhalb Stunden ein bisschen gefehlt Aber die Tales-Reihe ist ja sowieso für ihre Elendig langen Sequenzen bekannt Jetzt glaube ich kein Teil, wo es keine langen Grenzen gibt Könnte mich einer von den Heilern vielleicht mal heilen Danke Das wäre ja super nett Mapa Einen wunderschönen guten Abend Wie geht's dir? Ah Das sieht nichts mehr Das klingt aber nicht so Ist hier noch irgendwas Nein, sehr schön Okay, es scheint wohl doch nur ein einfacher Gegner zu sein Aber ich glaube ein Gegner, der etwas schwierigeren Sorte Vermutte ich Gottes Pilgerin Na, dann versuchen wir es mal Ich will Ja, die steckt Ja Ja Kann ein bisschen dauern So, ich muss mich davon angeschlagen Klingt nicht gut Nicht, dass du dir irgendwas eingefangen hast Okay Okay, da So, kein Busbrecher Wir auch nicht Ja Okay So was würde ich wie ein Busbrecher aus Welche Alter Jetzt hast du nicht irgendeine Ich bin nicht gerne eingeengt Nager sind mal fest Geht das? Ach, schade Geht nicht Manche Gegner kann man ja so festnageln Am Boden Dann bewegen sie sich erstmal nicht Freude Alter Hält das Ding was aus? So eins kommt nochmal Busbrecher Jetzt nichts Erstmal Klingerei Aua Alter Ist die Aggressiv Das fies Ich glaube, die hat schlecht gefußstückt Anders kann ich mir das nicht erklären Oh, sie feist Aua Alter Sie hat echt schlecht gefußstückt Also dieses Spiel ist nichts für Epileptiker Jetzt Aber hat doch geklappt Aber hat doch geklappt Schreckenkralle Kann ich doch zum Craften Bestimmt wieder gebrauchen Dinger Fatzke ist da So, diesmal das Ding von Rennwein nicht benutzen Erst wenn sie zaubern Die werden aufladen Es wäre auch einfacher, wenn sie nicht immer ablocken würden, wenn ich beide Kombos mache Dann würde ich die Punkte vielleicht auch mal sparen Sprecher, nein, nein, nein Das war knapp Nicht angreifen Wundermark aus Platin Oh, noch mehr dunkle Mähnen Oh, schön Toll Muss ich mich fragen, warum die plötzlich mit den Zeugen zusammenarbeiten Rezept für Erdbeerkuchen? Oh, lecker Ich will auch Kuchen Ich bin ja pur dafür, dass sie die neuen Waffen gekauft haben Also die neuen Waffen fügen da auf jeden Fall schon deutlich mehr Schaden ein bisschen zu Das war zuvor Das war zuvor Oh, lecker Oh, lecker Oh, lecker So Hier müsste jetzt die Heuschrecker sein Ja Oh Oh Nein, naja, Gott ist ein Beterin, das ist ja er Oder Gottes Pilgerin Ja Wie Gottes Pilgerin genannt wird Au Oh Ne Oh 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 ja gut, meine zwei highlights erwischt sind es heilerin und warkierin oh gott danke ich wollte mich gerade kurz hochziehen damit ich mich einmal heilen kann alter, lass mich wieder weg fiech ist echt so ne sache für sich waaah kann nicht mal jemand heilen aber um das kurz abzublocken alter, was die für'n schaden macht alter, was die für'n schaden macht oder er ist wütend, weil wir seinen partner getötet haben obwein dass ich jetzt einfach nur rächen möchte hui na klar gibt's hier hinten noch gegner und das ist auch nicht zu knapp ich guck grad mal ey ich hasse diese wölfe in dem spiel die wölfe haben hier die angewohnheit dass sie einfach von A nach B nach C springen und wenn die hinterher kommt ich würde es ja feiern, wenn ihr einfach mal an Ort durch den stehen bleiben würdet ich kann nicht so ganz einfach umbringen die unterher kommt ich will die rote Salbei regenerierungskristall nett Nett. Noch einer. Nur eine Stufe schwächer, wie es scheint. Okay. Lamp, Loto. Okay, das ging schnell. Na gut, aber mit Kombo geht es wieso schneller? Wenn man endlich mal den Schwung sagt, seine Kombo zu machen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, das Traumgeleet passt nicht mehr rein. Das ist ja immer Traumgeleet. Äh... So, ich muss ja nochmal die HP etwas regenerieren, damit wir weiterhin heilen können. Woh! das ist schön vereist so, aber mal schnell zu brechen vor ich gleich tot bin so, 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 so ... gut wir haben es gleich und geld so wahrscheinlich kommen wir jetzt auf die nächste ebene doch nicht Das war's für heute. Wie war das schon? Nicht ins Licht. Das war's. Das war's für mich, wenn ich nicht so etwas tun kann. Du bist so ähnlich wie ein Kind. Du bist so einfach. Ich bin sicher, dass ich auch aus meinem Geschäftsleben habe. Aber wenn ich mich für dich, wenn ich mich für dich, dass ich mich für dich nicht geholfen habe, würde ich nicht sagen. Du bist ein Läna-Läna-Din, also würde ich es. Aber ich bin aus dem Land, Ich bin heute von mir geholfen und zurückgekehrt. Ich verstehe das, aber ich weiß nicht. Wenn ich es endet, dann werde ich wieder zurückkehren. Deswegen, jetzt bitte ich bitte. Ich bitte bitte. Ich bitte bitte. Na? Du bist? Nervy. Nervy, Aymilis. Du hast es richtig verraten. Nervy, warum ist das denn, ich als Mensch? Wie ist es, dass es anderen der Kussagen gibt? Nämlich ist es, dass und in der Welt der Kussagen ist, gegenüber dem Kussagen, der Kussagen ist. Wir sind die Kussagen. Ich weiß nicht, was ich? Das war's für heute, und ich bin Danna zurückgekehrt. Das war's. Ich glaube, dass du dich verletzt hast. Ich glaube nicht, dass du andere Leute sagen kannst. Nevi. Was ist das? 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 Was ist das?